... innerhalb der Stadt... Was haben wir denn? Skouasia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewahrt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Straßen empfindlich verschafft. Gibt das denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? ... bis nachts die Brücken und Tavernen nahe den Rio Maripa. Was ist geschehen? Wir haben nichts zu verbergen. Sie gehen keinen Verdamm, wenn sie euch verflogen. Was hat er zu verbergen? 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 Hat einen schicken Schneider. Diese Hure schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gern in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palatze, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucretia begegnet. Der Stadtrat bittet alle Anwohner, sich zu vergewissern, dass niemand unter dem Fenster ohne der Rinne steht, bevor Unrat hinausgeworfen wird. Der Kämmerer wird die Reinigung seiner Kleider mit öffentlichen Mitteln finanzieren. An die Mitglieder der Architekten-Gilde. Der Architekto Maestro Jan Kempkönch von Dell. Gibt nächsten Freitag ein Seminar über den Bau von modernen Brücken und... Ein Händler, ein Händler. Gieht aber nicht so aus. Stimmt das nicht? Warte deinen Moment. Diese Hure schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gern in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palatze, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucretia begegnet. Wir müssen sich auch bei der Duchess an die Alba entschuldigen und hofft, ihrer Gnaden bleiben von nun an von solcherlei Dingen verschont. Schöne Gruppen Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Und Klettergerüsten und Tiefs, Vorsicht bei Wäscheleinen walten zu lassen. Ich kann auch tun. Es kann viele Beschwerden kriegen gebrochener Posten. Und ich soll weiß, wie es ist, weil... Hey, was macht ihr das denn alles? Was ist das? Was ist los mit euch? Warum müsst ihr euch so zum Lachen machen, die Jungen? Fett so. Habt ihr den Verstand verloren? Das Toff war die Wänge. Was ist das denn alles? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Idiota! Du hast die Wahl, Freund. Unverlaublich, ihr könnt doch nicht einfach... Die Unfläte! Ich bin sehr froh zu fragen. Oh, come on. 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 Oh, come on.